In diesem Video sprechen wir wieder einmal über die wichtige Frage, inwieweit die Autismus-Spektrumsstörung ein Leben lang bestehen bleiben muss oder ob es nicht eventuell für manche autistische Individuen auch möglich ist, die autistische Symptomatik zu überwinden oder aus dieser Symptomatik herauszuwachsen. Ja, und da gibt es ein brandneues Review, ein wasserdichtes Paper aus dem Jahre 2024, das sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt hat. Ein Review von Inge-Marie Axty mit dem Titel Dieses neue Review von 2024 hat sich diverse Studien angesehen, welche die Fragestellung untersucht haben, wie viele autistische Menschen, die in der Vergangenheit mit Autismus diagnostiziert wurden und bei denen die Diagnose natürlich auch korrekt gestellt wurde, verlieren eigentlich ihre Symptome im Laufe ihres Lebens wieder. Welche oder wie viele Autisten fallen aus dem autistischen Spektrum heraus? Und um es vorwegzunehmen, dieses brandneue Review kommt zu dem Resultat, dass 10 bis 20 Prozent aller autistischen Individuen, alle autistischen Symptome, so heißt es im Paper, bis zur Adoleszenz ja, und sind somit genau genommen auch keine Autisten mehr, ja, Autismus ohne Symptome ist kein Autismus. Eine Ausprägung ist auch etwas anderes als eine Veranlagung. Das müssen wir immer wieder feststellen. Ja, und das ist ja auch eine Behauptung, dass eine gewisse Anzahl von autistischen Individuen, 15 Prozent, das ist auch die Zahl, die ich in der Vergangenheit immer wieder genannt habe, eben aus dem Autismus-Spektrum herauswachsen werden. Und ich hatte ja schon vor zwei Jahren, als ich das erste Mal sehr deutlich auch über dieses Thema gesprochen habe, ganz klar gesagt, dass die wissenschaftliche Forschung, dass Experten immer mehr zu diesem Resultat eben kommen, dass die ganzen neueren Studien eben genau das belegen, dass Autismus in diesem Sinne nicht ein lebenslängig fortbestehen muss, zumindestens nicht zwingendermaßen. Und ich hatte damals auch schon angemerkt, dass es immer weitere Forschung geben wird, die genau das bestätigt. Und dass diejenigen, die mich für meine Aussage kritisieren, natürlich dann in einigen Jahren miterleben werden müssen, wie die Forschung, die Wissenschaft meine Behauptung bestätigt. Ja, und sie selber sozusagen Lügen gestraft werden. Ja, und hier haben wir zwei Jahre später ein weiteres aktuelles Review, das genau das wieder bestätigt. Und um das auch nochmal zu sagen, die Studien, die hier untersucht werden, die kann man natürlich sich im Review auch im Einzelnen anschauen. Das sind nicht irgendwelche halbgaren Studien von irgendwelchen No-Names, die sowieso nichts zu sagen haben. Weil ja auch immer wieder aus Social Media von einigen vorgebracht würde, wissenschaftlicher Konsens in Häkchen sei, dass die Autismus-Spektrumstörung immer und in allen Fällen ein Leben lang fortbestehen würde und dass die autistischen Symptome immer und in allen Fällen konstant wären. Und ich habe damals schon gesagt, das ist schon lange nicht mehr wissenschaftlicher Konsens. Und Wissenschaftler wollen Wissen schaffen. Das heißt, die wissenschaftliche Meinung ändert sich ja auch über die Zeit mit neuen Erkenntnissen, die gewonnen werden. Wer darauf beharrt, dass es zum Beispiel im ICD-11 heißen würde, dass die Autismus-Spektrumstörung ein Leben lang fortbestehen würde, immer und in jedem Fall, weil so steht es im ICD-11, ist kein Wissenschaftler, sondern ein Bewahrer von altem Wissen. Jemand, der an alten Klischees festklammert. Aus welchen Gründen auch immer. Ja und wie gesagt, die in diesem Review untersuchten Studien, das sind nicht irgendwelche Studien irgendwelcher No-Names, die sowieso nichts zu sagen haben, die sowieso nichts zu melden haben. Da ist zum Beispiel eine Untersuchung von Christopher Gilbert, eines der größten Autismus-Koryphäen-Experten-Namen im Hinblick auf das Thema Autismus überhaupt. Auch Christopher Gilbert hat in seiner Studie, hier die Studie von 2016, die im Review untersucht wurde, bei einer durchschnittlichen, also wo die Probanden, die dort untersucht wurden, auch schon erwachsen waren, dass 22% der autistischen Probanden-Klienten eben keine autistischen Symptome dahingehend mehr haben. Und ich möchte wirklich hier auch den Appell richten an meine Zuseher, an meine Zuschauerschaft, an die autistische Community. Es heißt immer wieder, Autisten wären total rational. Und viele Autisten klopfen sich ja auch sprichwörtlich selbst immer wieder auf die Schulter und sagen, hey, wir Autisten sind so rational, wir sind so analytisch, so wissenschaftlich. Und die Nicht-Autisten, die sind immer so emotionsgesteuert. Das sind so Sachen, die werden in der autistischen Community immer wieder erzählt, wo sich die Autisten auch häufig sehr viel selber loben. Und hier möchte ich einfach sagen, rational sein bedeutet, jetzt zum Beispiel auch wieder dieses Paper, das ich hier vorgestellt habe, anzuerkennen und die für manche Leute auch schmerzhafte Wahrheit, über die Gründe möchte ich in diesem Video nicht spekulieren, warum manche dabei Schmerzen finden könnten, das anzuerkennen und zu sagen, okay, wir haben hier ein wasserdichtes wissenschaftliches Paper und das untersucht eine ganze Reihe von Studien namenhaften Experten. Und das Ergebnis ist nun einmal 10 bis 20 Prozent wachsen aus ihren autistischen Symptomen heraus. Das ist die Wissenschaft, die aktuelle Wissenschaft. Wer sagt, das will ich nicht wahrhaben, daran glaube ich nicht, das erkenne ich nicht an. Der ist nicht rational, der ist irrational. Wer sagt, solche bösen, schädlichen, wissenschaftlichen Ergebnisse dürfen nicht publiziert, besprochen, verbreitet werden, aus irgendwelchen höheren Gründen, vielleicht politischer Art, ist nicht rational, sondern irrational. Und ich möchte einfach nur die Wissen, die die autistische Community dazu aufrufen, ihren eigenen Werten treu zu sein, nämlich einfach rational und sachlich zu sein und dann eben auch entsprechend diese wissenschaftlichen Erkenntnisse anzuerkennen. Okay, und zu sagen, hm, tja, scheinbar ist es ja doch so, dass 10 bis 20 Prozent zumindestens nach dem Kenntnisstand von 2024 irgendwann aus ihrem Autismus-Spektrum herauswachsen. Ja, eine kleine Kritik oder Einschränkung möchte ich natürlich an diesem Review, an diesem Paper zum Ende noch machen. Hier ist ja die Rede im Abstract, dass 10 bis 20 Prozent der Probanden alle autistischen Symptome bis zur Adoleszenz verlieren. Ja, da würde ich die Frage stellen wollen, was heißt denn alle, die Kernsymptome? Sind denn auch die Randsymptome dann alle verschwunden? Ist auch das letzte bisschen autistische Züge verschwunden? Ich glaube persönlich nicht. Das halte ich sehr für unwahrscheinlich. Selbst ich, der selber von sich sagt, dass ich einer von diesen 10 bis 20 Prozent bin vielleicht sogar, die aus dem Autismus-Spektrum herausgewachsen sind, und ich, der sich gar nicht mehr mit dem Label Autismus identifiziert, obwohl das fünfmal bei mir in der Vergangenheit festgestellt wurde. Ja, natürlich habe ich immer noch autistische Züge, immer noch Restsymptome. Also diese Aussage, dass alle autistischen Symptome verschwunden sind, das ist natürlich eine sehr krasse Aussage, ja, wo ich jetzt sagen würde, in dieser absoluten Schärfe zweifle ich persönlich das jetzt erst einmal an. Aber die grundsätzliche Aussage dieses Reviews ist ja sehr eindeutig. Und dazu nochmal ein Zitat aus dem Review, wo es heißt, zum Thema Autismusdiagnose verlieren, loss of the autism diagnosis, ist die Überschrift, ich mache euch die Einblendung, aus dem Review. Although Autism is generally assumed to be lifelong, wie es ja auch im ICD-11 behauptet wird, noch behauptet wird, ob das im ICD-12 dann auch der Fall sein wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Alleine deswegen sollten wir uns auch nicht an dieser Formulierung des ICD-11 festklammern. Wer sich an der Formulierung einer ICD-Version festklammert, ist Wissensbewahrer, aber kein Wissenschaftler. Meine persönliche Meinung. To be lifelong, there is evidence that 3 to 25% of children who meet clear diagnostic criteria for ASD will enter the typical range of cognitive, adaptive and social skills by adolescence. Displaying no. Und dieses no wird im Review sogar kursiv geschrieben, das heißt betont, wirklich keine. Das ist die Aussage. Keine no symptoms of autism. Das ist die Aussage dieses wasserdichten Reviews, das diverse Studien namhafter Experten untersucht hat, die es aktuell zum Thema gibt. Inwieweit können autistische Menschen, die in der Vergangenheit die Autismusdiagnose erhalten haben, aus dem Autismus-Spektrum sich herausentwickeln, herauswachsen? 10 bis 20%. Das ist der aktuelle wissenschaftliche Stand und nichts anderes. Ich bin Tom Harrendorf, der hoffentlich liebenswürdige, hoffentlich freundlich wirkende Überbringer dieser Nachricht. Ich trage nur vor, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Wenn euch das nicht gefällt, ja, dann seid böse auf, weiß ich nicht, nicht einmal auf die Wissenschaft. Seid böse auf den Lauf der Welt, so wie die Welt sich um die Sonne dreht. Aber bitte nicht auf mich. Und warum ich das für eine wichtige Botschaft halte, ganz abgesehen davon, dass ich eben ein rationaler Autist auch bin, der einfach die Wahrheit an der Wahrheit interessiert bin, warum ich es für wichtig und richtig halte, das auch zu besprechen, habe ich in diversen anderen Videos schon gesagt. Das war's für mich heute. Schaut euch gerne das Review selber an. Das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das Abstract mit den Kernaussagen ist kostenlos, ist frei einsehbar, auch für euch. Wer das ganze Ding lesen möchte, wird es käuflich erwerben müssen. Das ist bei wissenschaftlichen Studien in aller Regel nun einmal so. Und ja, ihr könnt euch aber darauf verlassen. Ja, ich habe das ganze Ding gelesen und es steht das drin, was ich euch hier gezeigt habe. Wer sich für diese Art von Videos interessiert und der auch mal Autismus-Videos hören und sehen möchte, von einem selber mit Autismus diagnostizierten Menschen, die auch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, als das, was auf den anderen Social-Media-Kanälen immer, ja, wie soll ich das schon sagen, Copy-und-Paste-artig wiedergegeben, kopiert wird, wiedergekäut wird, ja, der kann gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wer Danke sagen möchte, wer mich auch für die Standhaftigkeit, eventuell kontroverser oder triggernder Meinungen, das, was in diesem Video hier gesagt wurde, ist ja nicht kontrovers, eben aus allen hier genannten Gründen. Aber Dinge, die autistische Betroffene auch triggern können, dass ich das immer wieder auch zeige, der kann gerne Kanalmitglied werden. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich freue mich von Herzen. Ja, ansonsten, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer unermüdlicher Tom.